Hallo und willkommen zu einer Runde Curves, das heißt es glaube ich hier, mit dem Location Loser 2. Hallo. Und ja, es fängt eh gleich an, weil die Letzte Runde fertig ist und die Letzte Runde hat der Gast 6500 gewonnen. Und wir liefen hier mal kurz das Spiel und ich weiß nicht, wir leben hier. Ja, wir warten wir uns. Euer Schau, Schau und dieses Spectator, also die Leute, guckt hier, hier kann man zum Beispiel. Und hier, oh, macht sie da. Wer bist du? What? Ja, ich bin ich. Wer bin ich? Wer bin ich? Wer bin ich? Wer bin ich? Hostess, du Gott, es geht nicht. Ich bin bin ich. Wow. Ich bin glaube ich. Wow. Wer bin ich? Niemann. Oh, ich bin niemand, lol. Ich weiß, wer das ist. Was ist? Sag mir. Wir machen die beiden hier einen Cut und suchen einen anderen zu. Ja, wir treffen uns dann hier bei dem nächsten Server, wenn wir einen verfahren. Und sind wir im komischen Grund. Und machen wir hier einen kleinen Cut rein. Hallo, wir haben jetzt einen Server geputzt und ich bin hier rot und hier... Ich bin Türkis, also ich beginne es hier schon mal. Ja, also 50 Punkte hat gewonnen. Komm, 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 komm. Ja, 50. So scheiße, ich dachte, es geht da immer noch unten. Nein, nein. Oh, game, 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 game. Schatz. Und Schattkurve, ich bin noch nicht tot. Dann bist du auch. Ich bin rot. Also du hast mich weggedrängt, Junge. Ja, was? Und ich hab hier zwei Punkte bekommen. Wo bin ich? Was ist gerade passiert? Erase. Dieses Item, Junge. Ja, der Tod. Warte mal. Ich hab einen, einen Punkt. Yay. Okay, das war Speed und der ist vorhin sich selber reingegeben. Okay, das ist ein bisschen viel. Dann geht's ja. Aber so, left, right, left. Und hier, yeah, slow motion. Hey, nein. Ihr könnt jetzt alles slow motion laufen. Oh, ich war Schildkröte. Nein, 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 nein. Ja, ich hab Schildkröte gemacht. Mein Arbeiten, ich hab meine eigene eingesammelt. Weil die roten Schildkröten bedeuten, dass das andere bekommen. Ja, ich bin jetzt auch tot, hab zwei Punkte dazu bekommen, wenn wir auf dem vierten Platz. Ja, genau so ist das rum. Und, ja, ich weiß nicht, ob es noch so Hoffnungen gibt, aber wir wollen dann mal nicht auf dem, wenn wir den zwei Letzten sind. Grön und Doran schickt. Ja, ja, grön und Doran. Moffel. 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 Was heißt Moffel? Moffel. Moffel. Äh, ich bin letzter Platz. Nein, nein. Scheiße. Wir beide sind letzter, Junge. Wir müssen uns anstrengen. Gefahr. Nein, das. Und hier, mal kurz eine Kutze machen. Meine Nase kitzelt. Und verjiehen. Nein, nein. Du, kleines. Ja, was? Moffel. Moffel. Was war ich das? Nein. Ich hab drei Punkte dazu. Und hier immer noch letzter. Ja, ich bin aber jetzt vierter. Das hat einen gewissen Vorteil für mich. Ja, warum schon spoilern wir jetzt zwischen diesen heistlichen Ecken? Das kann doch gar nicht sein. Oh, was ist das? Was ist das? Was möchte ich jetzt nehmen? Was ist das? Oh, ja, genau. Ja, 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 ja. 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 Was hast du gemacht? Was? Halt. Slow Connection. Was heißt das? Ich lag. Ich auch. Nein. Nein. Es ist nur ein Baufs. Zeig mal. Wow. Fail. Ich hab so Speed genommen. Ich war letzter. Ich hab einen Punkt. Ich hab einen Punkt. Ich hab einen Punkt. Ich bin der Punkt, der bist zu Kist, aber du hast drei Punkte. Bin ich da oben. Ja, weil du immer mich wegbringst von zwei runterladen. Ja, du hast sie den Speed hier eingenommen, Alter. Ähm, dann geht's weiter. Let's go, let's go, let's go, let's go, ich nicht mehr. Nein. Soll. Soll. Es geht nicht. Nein. Wieso? Nein. Ich hab mich jetzt ein. Ich hab mich. Ich hab mich. Nein. Nein. Wie ist es schlecht. Nein. Nein. Scheiße. Scheiße. Nein. Ich hab mich nicht mehr. Ich kann die Worte nicht lecken. Ich hoffe, jetzt kann ich lenken. Weil ich bin so schlecht. Hey, wir sind weiter auf den gleichen Punkt zu stehen. Ja, wir machen etwas. Ich kann es ja nicht lenken. Und ich hab ihn aufgeschossen. Oh. Ich bin nur hier. Kurven, Kurven. Ich bin Tückies, weiß ich es richtig. Ja, halt. Ich bin rot und kann hier überhaupt nicht. Ich hab hier Left, White, Left, Shots, 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 Shots. Versuch mal, ah, D. Schatz. Nein. Und dann und ... Der blaue ist auch ziemlich gut. Ja, ich hab nur 8 Punkte. Und zum Glück bin ich nicht der letzte. Immerhin etwas. Ja. Und da bist du verkehrt herum, ist so mies. Okay, okay, okay. Komm. Ja, jetzt geht's wieder, weil es Steuerung geht. Nein! Wow! Habt ihr das gesehen? Los, komm, komm! Von der Wand wegflossen! Habt ihr das gesehen, der Graue? Schaut den Grauen an, wo ich durchgefahren bin! Oida! Alter! Alter, ich hab's spiel, ich hab's spiel, ich hab's... Wieso hab ich die Kobach so beschissen gefahren? Wieso? Ach, wir stehen wieder auf den gleichen Punkt des Sternen! Alter! Summer ist doch voll in den Power, wie sollen wir den einholen? Alter! Da bist du, Niko, bitte vernichten! Alter, was macht der Graue da? Ja, nein, der ist auch langgegangen, also der ist... Nein, 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 nein! Oh, komm! Hier! 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 Scheibenwohlig! 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 Ja! Ja! Habt ihr das gesehen? Ich bin so dumm! Habt ihr das gesehen? Was? Oh! Scheiße! Hier fängt alles rum! Nein! Oh, ich hätte das knapp. Oh, das war aber ganz knapp. Das war knapp. Oh! Oh, wow, 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 wow! Oh, Scheiße! Der Blau ist übelst gut! Aber... Der Muff... Muff? Muff? Muff ist Erster, unser Muffel! Ja, weil der Blaue... Ja, weil der Blaue... Der Muffel hat nichts... Warum... Ich war noch nie bei einem Multiplayer-Spieler, also bei diesem erster. Okay, das kann auch daran liegen, dass ich die Hände im Kreis fahre. Nein, Speed! Nein, jetzt haben die anderen Speed. Oh, da ist noch ein Speed. Oh, da war ich schon. Wie soll das? Speed, Speed, Speed. Nein! 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 Und ich bin gut. Ja. Du hättest jetzt überlebt, weil die Lücke nur gerade gebildet hast. Ich hab vier Punkte. Nein, 31! Das ist einer Plätze. Bin da. Wo bin ich? Wo bin ich? Nein, ich bin der einzige, der kein Speed eingesammert hat auf mich schlecht. Oh, das ist ein gelber Punkt. Das ist ein gelber Punkt? Du bist eingesammelt? Ach, das ist schlecht. Auch darüber noch? Komm, dann um an der Bunde. Dann um an der Bunde! Ja! Geht durch! Ja! Nein, 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 nein! 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 Ich suche dich rot! Alter, was hast du getan?! Nein! Nein! Bitte! Das war so ein Scheiß! Alter, was machst du?! Ich war, dass die anderen verkacken! Nie verkacken! Ich habe mich für die geoffert, dass sie verfeißen werden. Ich bin so dumm. Weil das ganz Neues ist. Oh, jetzt! Ich meinte München nochmal? Loll! Ach ja, ok. Ich bin gut. Ich habe schon gedacht. Und left, 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 left! Alter Junge, warum fährst du die ganze Zeit in mich rein? Was denn? Ach, ist es der Tinder? Ja! Ja! Ach, ist der Tinder der Gelbe, Nico? Was? Ist der Tinder das? Der Tinder der da? Der Graue da? Ja, der Gelbe da. Der lässt du auch sagen. Ach, der wäre eine Graue. Komm, komm! Nein! Nein! Scheiße! Knapp daneben. Das kann doch nicht sein, ob ich da unten fliege. Und, und verwendet ich... Uh! Der Orangene war auch ganz schön gut, dieser Prati! Ja, weil sonst so der gewinnt. Oh, der Muffel! Uh! Beide gleich standen die besten! Ok, ich, ich, ich satt für Muffel! Alter, wir sind Meilen weit hin! Ich satt für Muffel! Ich satt für Muffel! Ich satt für Muffel! Deswegen muss ich jetzt den Orangene killen nur! Hahaha! Ok, ich kenne ihn auch. Oh, von... Nein! Danke, du! Oh! Schleif! Schleif! Nein! Das ist so eine... Engel... Ungerlück, ne? Wo man durchgehen kann! Ja, ich hab auch verkehrt. Das ist so ein Scheißdreck! Alter! Zieh den Grun rein! So knapp! Und, 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 und! Schafft er bloß! Ui, der hätte es geschafft, würde er gerade ausfahren! Ui, der hätte es geschafft, würde er gerade ausfahren! Hätte er es geschafft, würde er gerade aus... Also, würde er gerade ausfahren, hätte er es geschafft! Ui, der Ei! Alles gleich! Los, komm! Töten! Töten wir! Töten wir! Mit den roten, äh, den Orangen einmal wieder! Der hat uns nur zum Tod verholfen! Ja! Alter! Das war geil! Hast du's gesehen? Nein! Achso, wer als Erster da war? Ne, Razi! Nein! Wieso bist du auch? Ich dachte auf der anderen Seite, der wird es zu fahren, Momo! Alter, danke! Oh, 23, 23! Okay! Oh! Finalrunde, wer jetzt gewinnt, gewinnt! Oh! Wer jetzt gewinnt, gewinnt das Ganze! Oh! 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 Alter, das ist spannend! Nein! Die gewinnen so oder so, oder? Die brauchen eh noch zwei Punkte! Oh! Nein! Aber wahrscheinlich wird er heute nicht gewinnt! Und nein! Und! Blau hat gewonnen! Nein! Nicht gewonnen! Faye! Was ist das? Das war nur ein Punkt dazu! Nein! 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 Schade! 2 Punkte! Ja! Mann es ist so ein behindertes Spiel, wo wir nicht gewinnen können! Die anderen sind nur vom Computer erstellt, damit niemand gewinnt, das ist so ein... Ey, es gibt uns... Ey, tschau, Mann, ey, das trägt mich sowas von aufgesicht. Das war's dann schon, dieser Thunder hat gewonnen. Hä, schau, schau, gehst? Achso, ja, okay, so. Okay, das war's dann schon für die Runde und... Jo, Mann. Tschüss.